Rudi Retro ist Liebhaber von alten und besonderen Gegenständen. Obwohl er schon einige Schätze besitzt, gibt es noch so viele Dinge, die er gerne in seiner Sammlung hätte. Hallo, stranger. Ich grant you one wish. Aber choose wisely. Ein echter Flaschengeist? Rudi kann sein Glück kaum fassen. Und er weiß auch schon ganz genau, wofür er seinen Wunsch verbrauchen wird. Ich wünsche mir, ein klassischer Auto zu werden. Aber was ist denn da schiefgelaufen? Scheint so, als wäre das ein klassischer Fall von False Friends. Eigentlich wollte Rudi sagen, ich wünsche mir, einen Oldtimer zu bekommen. Obwohl es sich fast gleich anhört, heißt bekommen, auf Englisch nicht to become. Denn to become bedeutet werden. Rudi hätte sich wünschen müssen, I wish to get a classic car. Denn bekommen wird mit to get übersetzt. Wenn Deutsch deine Muttersprache ist, gibt es so einige False Friends, falsche Freunde, die dir beim Englisch lernen den Kopf verdrehen können, weil sie entweder gleich aussehen oder gleich klingen, aber eine andere Bedeutung haben. Wie würdest du zum Beispiel den Satz, ich kenne viele Filme, übersetzen? Es hört sich verlockend ähnlich an, aber ich kenne heißt nicht I can. Denn das bedeutet, ich kann. Richtig muss es heißen, I know a lot of films. Denn ich kenne wird mit I know übersetzt. Auch der Satz, ich will Eiscreme, beinhaltet einen False Friend. Das Wort will wird im Englischen nämlich nicht nur ähnlich ausgesprochen, sondern auch gleich geschrieben. Aber ich will heißt nicht I will, denn I will bedeutet ich werde. Richtig muss es heißen, I want Ice Cream. Denn ich will wird mit I want übersetzt. Außerdem solltest du bei folgender Wendung aufpassen. Bitte nehmen Sie Platz. Obwohl du nehmen mit take und Platz mit place übersetzen kannst, heißt Platz nehmen nicht to take place. Denn to take place bedeutet stattfinden. Richtig muss es heißen, please sit down. Denn Platz nehmen wird mit to sit down übersetzt. Kennst du die richtige Übersetzung für folgende Frage? Kann ich mir dieses Buch ausleihen? Ausleihen klingt ziemlich stark nach to lend, oder? Aber Vorsicht! Verwendest du im Englischen to lend, dann willst du jemandem etwas verleihen. Richtig muss es heißen, Can I borrow this book? Denn sich etwas ausleihen wird mit to borrow something übersetzt. Merke dir also, bekommen heißt to get. Ich kenne heißt I know Ich will heißt I want Platz nehmen heißt to sit down Und sich etwas ausleihen heißt to borrow something Auch bei folgenden Nomen solltest du aufpassen, nicht in die False Friends-Falle zu tappen. Die Meinung heißt nicht meaning, sondern opinion. Meaning wird mit Bedeutung übersetzt. Deshalb heißt to mean auch bedeuten und nicht meinen. Das kann manchmal ganz schön verwirrend sein. Genauso wie das Nomen der See. Es heißt nicht einfach sea, sondern lake, denn sea bedeutet mehr. Kennst du eigentlich das englische Wort für dein Handy? Das Handy heißt nicht Handy, sondern Mobile Phone. Handy ist nämlich ein Adjektiv und bedeutet praktisch. Essen die Engländer eigentlich wirklich Chips zu ihrem Fisch? Ach nee. Chips ist auch ein False Friend. Kartoffelchips werden im britischen Englisch nicht mit Chips übersetzt, sondern mit Crisps. Mit Chips sind nämlich Pommes frites gemeint. Auch bei folgendem Wort solltest du vorsichtig sein. Schulnote kannst du nicht einfach mit Note übersetzen. Du brauchst stattdessen das Wort Mark. Denn Note bedeutet Notiz. In einem Londoner Büro wirst du keinen Chef in der Geschäftsführung finden. Denn der Chef eines Büros wird nicht mit Chef bezeichnet, sondern mit Boss. Das englische Chef bedeutet nämlich Koch. Merke dir also. Meinung heißt Opinion. See heißt Lake. Handy heißt Mobile Phone. Chips heißt Crisps. Schulnote heißt Mark. Und Chef heißt Boss. Und was macht Rudi Retro? Der stellt plötzlich fest, dass er offensichtlich nicht der einzige ist, der in die False Friends Falle getappt ist.